hallo und herzlich willkommen zum dritten zur dritten aufnahme session von wolfenstein mit euren freiheitskämpfern christian und an alle patrioten wir sind wieder am start und wir werden heute mal versuchen die sas maschine zu finden ja weil die wollte ja laufen wohl sein die zeit ist abgelaufen hopp bin ich traue schon mal ein paar christian startet ja ich bin ja mal wie am pad ja jetzt ist ja schon bei mir war ja ganz land leistung noch hellwach ja absolut mit moderieren schon mal mit gott gesprochen ja jeder mal jeden und was hat er gesagt ich warte immer noch auf seine antwort warum ich hatte gehofft sie könnten mir etwas erklären was ich gesehen habe was haben sie denn gesehen ich habe straßen am himmel gesehen licht das sich zwischen galaxien erstreckte und da waren diese diese symmetrischen farbenmuster durch die ich mit lichtgeschwindigkeit raste und die mir so wirkte als hätte sich die realität zusammengefaltet das ist ein bisschen weil das die 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 dimension schranken durchbrechen und konnte nur dass es mich nicht mehr habe ich meine ich war nicht ich selbst das ist sehr interessant ja und und ich konnte diese diese lichtmuster sehen die sich als wurzeln zu dieser unendlich gigantischen form erstreckten wie wie ein baum aber größer als das als das gesamte universum und dann 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 hörte ich was eine eine donnernde stimme im zentrum meines bewusstseins und dieses dieses wesen diese form sagte nur ein wort welches besucher versuche nur dieses eine wort besucher keine ahnung ist schwer zu erklären das das ist der baum des lebens die zehn göttlichen präsenzen oh ja die zehn was diese vision wie haben sie sie erhalten also in einem traum in einem traum das ist erstaunlich wirklich erstaunlich ich habe nur wenige verständliche bücher darüber also hören sie gut zu lesen sie das das ist ziemlich wichtig wenn sie etwas finden oder ihnen etwas auffällt sagen sie bescheid haben sie mich verstanden jungen dank ich habe lesen wir müssen das schwein füttern das schwein das schwein von max haas muss mit dem erinnendet und vorgucken wo er war doch bei denen sind da quartieren musste hier genau hier hier müsste das irgendwo sein in irgendeiner der räume hier nicht da hinten also das ja weit wo er gehört hat wenn er das handy benzieher da meine strechen die hohe klinik schwein hier mache ich aus mädchen genau für die rosa jetzt müssen wir in die cantina cantina und der kartoffeln wollen speisekammer oder sowas muss jetzt hier kartoffeln nehmen vielleicht hier um sie gesagt blaskowitsch hallo kannst du mir kartoffeln geben hallo wir wollen rosa füttern hat mathematik in new york studiert klasse jetzt mit dem abwurf habe ich nichts mehr von ihnen gehört gut danke die säcke neben dir links 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 da ist es gut neue leute an bord zu haben eigentlich kann macht stark oder das war durch die wolken aber sie kamen die wir spielen die wir kommen die mann und lager rum oder so weit eben wie soll der volk kommen wenn ich wiesen da da das ist rosa füttern so max freund das club aus hier wieder zurück runter und da muss wieso ist jetzt zufrieden schwein ist schon abgeschlossen für die rosa geil schön und jetzt muss ich zu Costa Godales hier ja Cesar, Cosa, Usa Cosa und Roberto wirst du irgendwo in der Nähe sein kann man mit dir quatschen ich sollte ja schon lesen die Zwillinge treten wieder ich stelle wieder mit Zwillinge der Arme Arme oh Gott, wo ist denn die Hi hab ich die Schmeine geil so ein bisschen Mut hier nicht schlecht so ja, was haben wir jetzt eigentlich für ein Ziel na nee, das ist ja die Schießanlage hier schon wieder na, wir mussten äh, warte mal, wo ist denn hier die Option, hier, da sprich mit Grace Grace kann ich die eigentlich auswählen das ist Grace schade, dass mir die nicht angezeigt wird, wo Grace ist m, b ja da ist G ah, da tatsächlich, das ist ja angezeigt wurde das geil das ist noch ein dunkler Bereich da müssen wir sind einfach nur oben das ist auch ein in die Tausche tiefer auch immer runter aber da kommen wir da und diese stimmt da ist gerade stimmt eine menge das tut man hier lang so hier jetzt und da hinten und dann gucken wir mal auf die Kede Kede ja ja und hier müssen wir runter dann auf die na geradeaus und rechts oder was ist denn oben hier treffe nach oben ja schaue ich treffe hoch erst mal ok wir gehen so ja alle tut bei dir wir müssen ja nicht mehr grau sein ja und jetzt gut wir sind fresh am Start hier ok achso jetzt kommst du hier genau jetzt musst du hier links den Gang fangen und dann den ersten Gang links hier würde ich sagen ja da ist er geil so aber ich verwirre die auf dem Boot ich habe das Gefühl du gehst mir aus dem Weg was ist los sag doch was schau mich an Anja den verdammten Blechmann wie soll ich dir da nahe sein ist egal wir finden eine Lösung so wie immer hey warum versuchst du es nicht wenigstens weil ich verdammt nochmal sterbe und je länger wir so tun als ob alles ok wäre desto schwerer wird es in einer Woche liege ich unter der Erde das weißt du nicht kannst du jetzt in die Zukunft sehen tu nicht so als wüsstest du Dinge die du bestimmt nicht weißt die Toilette geht Speshy bist du immer noch hier schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort der Hass-Zweihubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galvesten aber danach musst du improvisieren Mann abgefahren was Blazkewitsch gehen sie zum Hangar und sorgen sie dafür dass Hass 1 bereit ist klar ja 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 hm 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 nicht für dich da zu sein die Kinder nicht groß zu ziehen das ertrage ich nicht dann gib nicht auf William ich werde dich nämlich niemals niemals aufgeben egal was passiert komm mit zu den Duschen hm wir ziehen dir dieses Ding aus ich wasch dich du stinkst wenn ich es ausziehe falle ich bestimmt auseinander und nichts passt mir zusammen hm ich muss weitermachen solange ich kann hm 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 ok ach Carolina ich hab's versaut ich hab's ihr gesagt und gemerkt dass ich nur mich selber schützen wollte nicht sie ok oh guck mal 56 ist die 29 Dienstjahre ist schlecht Größe 1,65 ha wie größer als sie ja 26 Kilo ist so die Verumann-Hewigsklasse ja Blutkohle 0,0- mhm die hatte keine Ahnung kann ich mir vorstellen hat's wahrscheinlich abgeknallt ja wie so eine schwarze Witwe wir fressen Kinder 5 männlich eins weiblich echt Alter 6 Kinder hat die die hat ja auch die schön schlecht vielleicht sind ehemalige Anführung der Nachwuchstruppen in Berlin jemanden gefühlt auf das Druck mit Germanen jetzt und der hatte von 1948 bis 1960 als Lagerkommandante das Lager in Silo stimmt wie sind auch Terrorzelle in Berlin gefasst mhm das hat sie aber live dabei und was verschlagen die Zelle so wo muss ich jetzt eigentlich hin den Hanger ach ja stimmt den Ass 2 oh super Name für den Hübschrauber den Hauptgang musste wieder oh Gott war hier hoch genau da jetzt runter wo die Treppe runter nee nee andere Seite wahrscheinlich also da hinten die Treppe naja stimmt Alter hast du wieder die Heizung an ist übelst hot die Heizung an ja geil oh boom gegen tot hi absolut bereit ist schön aber ich muss auch nicht nach oben als Lagerkommandante vorbei sein hier oder oder hinten vielleicht ja ja das stimmt ja sind wir oder nicht ne ich muss die ursagen okay ah hm wir sind sicher Barbara 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 dann bringen wir den Vogel mal zum fliegen wie Grace es wollte konzentrier dich auf die Aufgabe schön zugeteckt das Ding wir in 70 oder was ja ich gehe jetzt einfach mal Ponte runter aber ja mal checken ob es unten in Ordnung ist du lecker leider alles falsch hi hi ist mal haltung an neben hier echt mal ich habe keine ahnung das sieht schlecht gemacht manchmal ein bisschen ich brauche wohl mehr diese also wieder die station die 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 vielleicht bitte geh hoch bitte geh hoch ah kann so sollte das Ding ja noch mal fallen vermutlich ja geil oder wie die schwarze Ziege sagen ja da siehst du den Pfeil auf der Leine schau mal geht's gut sollte ich Grace festen lassen wie er zurückkam schwer verheirat dass nur Grace im Hirn ist wahrscheinlich wieder in ihrer in der neu bezogenen Wohnung sehen ja ok und unten oh ok ok künzelt hat sich gelohnt hat sich ein spiel für mich erfüllt ja kann ich ausmachen jetzt mal die sehen ja mal Zeit mal Zeit so wo ist er denn da drin sicher da unten unten war sie da unten war sie da wo das nicht das nicht das Symbol ne ja und dann wird trotzdem zu Grace da könnte man zu Dings hin zu Max sagen wir da mal hin war dann kehren wir zu Dings zurück zu Graze ach die ist bisschen bei Wade im Zimmer so wie die aussieht völlig auf LSD also die können die doch Kantine und die sind Club drin die können wir erstmal hier falsch laufen mal mehr an oder drehen das kann ich irgendwo runter hier jetzt runter so da hinten am Ende ist der Doppel genau was geht ab was geht ab was geht ab was geht ab ich geh ab ich bock hab weil ich immer ein Stück hab ach man nicht der Plan ja war falsch ich bin nicht durch und ich bin dadurch ich bin hier hoch war ja das mags startkarte okay ein bisschen nein genau 15 spielzeuge von max ligno guck dich mal an großer leichten blass du musst besser auf dich aufpassen bombarde wollte ich raus ja geil wow diese grafik wirkt äußerst realistisch als wäre ich wirklich im spiel super cool ja hier komme ich direkt schon mal nicht lang oh das sah wirklich wie früher also nicht mehr so noch ein bisschen rief hoher das hier war schwer spiel aber mit den ganz so nicht hoch und runter guckt nur links und rechts kann ich gar nicht mehr freige klasse fort was steht auch wieder unter ich was oh hinschuss sondern auch man kann ich ja nicht auch die mucke ja ja da one shot nein bitte oben ist ja die die kennen wir ja schon aus Wolkenstein New Colossus äh New Order das war ja auch so super super wie gut du bist wo die lang muss hier ist cool okay so oh dann 25% er ist oh ein Hund ey oh ein Hund und hier liegt nicht mehr essen rum vorne lang ganz alles voll voll genau oh was macht der klingel schätze oh halt voll yeah die mucke ja ja hat das Spiel früher tatsächlich urgespielt ich hab so ein kurzes spielt ich hab jetzt so ein 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 ich hab jetzt mehr das war die so wie er grafik man sagt man ist live dabei aber kam den doch schon sehr nah trifft ja bei ihm wie ein Tüter ich hab jetzt so ein bisschen besser finde als bei new order schon verdammt wo müssen wir lang nicht schlecht wieder einfach mal irgendwie wir sind wirklich muss er hat die kehrer watt 3 schatzkode 21 schlecht zum spiel ende wolfstone 3d natürlich okay ja dann sagen wir mit allen bekannten worten bis heute vielen dank für einschreiten lassen lassen aber da und einfach mal wenn es einfach ja bis neulich